Hallo und willkommen bei Horned on Tour. Wahnsinn, 20 Abonnenten. Ich bin beeindruckt, ich bin persönlich total geflasht. Wenn ich daran denke, vor drei Jahren habe ich angefangen und wusste nicht mal, was ein Abonnent ist. Und jetzt habe ich 20 davon. Am 7. März haben wir noch die 10 gefeiert und jetzt die 20. Ihr seid großartig. Ja, was liegt für dieses Jahr noch an? Fahrsicherheitstraining in Linte, Kurven- und Schrägklangtraining. Muss ich nur schauen, ob ich da jetzt noch die Erlaubnis bekomme zu filmen und zu drehen. Das wird noch ganz spannend. Wenn ja, dann bekommt ihr das Video natürlich gleich rein. Ja, die Touren mit dem Bottom-Biker wird weiterlaufen. Wir werden noch einige Touren machen. Erstmal ganz lieben Gruß an die Mädels und Jungs. So, weiterhin die Hausstrecken. Ich habe ein paar Tipps bekommen. Mal gucken. Die werde ich noch abfahren und schauen, wie ich das dann untergebracht bekomme. Ja, und eine kleine Überraschung habe ich auch noch. Daran bastle ich gerade. Die Technik will nicht so, wie ich es will. Die streikt noch ein bisschen. Aber ich gebe nicht auf, bis das nachher läuft und ich euch das dann präsentieren kann. Wie gesagt, es ist nichts Großes. Es ist was Kleines. Ja, und ich danke euch ganz lieb für die 20 Abonnenten. Bis dahin und macht's gut.